Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar Wochenausblick Nummer 3 oder 4 müsste es mittlerweile sein. Was ist nächste Woche wichtig? Und im Endeffekt haben wir ein großes Thema zu Beginn der Woche und das sind die Midterms. Aber nicht nur das steht an, ich habe noch 2-3 andere News rausgesucht, die vor allem für das Marktumfeld nächste Woche sehr, sehr interessant werden könnten. Also ich erwarte nächste Woche eine sehr, sehr volatile Woche. Wenn ihr dachtet, die Woche ist schon volatil, denke ich, wird nächste Woche nochmal alles überschatten. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, lasst gerne unten einen Kommentar danach, nach dem Video ran, was ihr dazu haltet. Also was haltet ihr davon, wie die ganzen News durchgegangen sind? Ist es bullish für die Märkte? Ist es bearish für die Märkte? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und das war genug Eigenwerbung das erste Mal. Jetzt fangen wir direkt an mit dem Video und wie gesagt, nächsten Dienstag stehen die Midterms an. Worum geht es? Im Endeffekt wird das Repräsentantenhaus neu gewählt und auch der Senat. Dazu habe ich euch den Artikel von der Tagesschau mal rausgesucht. Den könnt ihr euch gerne, den werde ich unten in der Videobeschreibung auch noch hinzufügen, das alles nochmal in Ruhe raussuchen. Und zwar ist es so interessant, einerseits vom Senat wird nur ein Drittel neu gewählt, aber in beiden Häusern, im Endeffekt im Senat und im Repräsentantenhaus, haben die Demokraten unter Joe Biden im Endeffekt nur eine ganz, ganz dünne Mehrheit. Und normalerweise war es, glaube ich, in 76 Wahlen gab es, glaube ich, mittlerweile schon Stand oben im Artikel, ist es nur einmal vorgekommen, dass die bestehende Partei, das heißt die Demokraten, im Endeffekt nach den Midterms weiterhin die Mehrheit hatten. So, und wenn wir das jetzt im Endeffekt mal alles so ein bisschen zusammenzählen, wir hatten unter Joe Biden eine enorm hohe Inflation, viele Leute sind unzufrieden, also ist die Chance auch relativ hoch, dass im Endeffekt wieder die Republikaner hier mehr an die Macht kommen, beziehungsweise auch dadurch die Gesetzgebung deutlicher für sich im Endeffekt in Anspruch nehmen können, als im Endeffekt die Demokraten. Das heißt, jedes Gesetz, was Biden auf den Weg bringen will, muss durchs Repräsentantenhaus und durch den Senat und sollte nur eine Instanz nicht die Mehrheit haben von den Demokraten, können im Endeffekt die Gesetze blockiert werden, beziehungsweise könnten hier Kompromisse gebildet werden zugunsten der Republikaner. Und das könnte natürlich für die Märkte deutlichen, deutlichen Einfluss haben. Sollten hier die Republikaner, was momentan, ich sage jetzt mal zu 98% in der Vergangenheit immer der Fall war, immer die Gegenpartei hier die Mehrheit kriegen in auch nur einer Instanz, könnte das die Gesetze blockieren und dadurch natürlich auch für die Märkte wieder mehr Volatilität bereithalten, weil umso schwerer wird es natürlich, sage ich jetzt auch mal, mehr Geld wiederum in den Umlauf zu bringen, wenn die Republikaner dagegen sind, was sie eigentlich nicht sind, aber jetzt nur mal so als Beispiel. Und das könnte natürlich dann für ordentliche Probleme in den USA weiterhin sorgen. Was noch dazu kommt, klar, im Endeffekt Joe Biden, Präsident, hat im Endeffekt die Hand drüber, aber die kann er nur durch sein Exekutivrecht im Endeffekt aufrechterhalten. Das heißt, wenn in zwei Jahren dann wirklich die Präsidentschaftswahlen wieder sind, würden die Gesetze, die er jetzt dann beschließt durch sein Exekutivrecht, sofort wieder fallen gelassen. Also das heißt, es wären nur Gesetze für zwei Jahre und das könnte deutlich, deutlich Volatilität in die Märkte bringen. Deswegen auch mal ein Blick ganz kurz schon mal voraus auf den DXY, der diese Woche durch seine Parabole-Bewegung, die haben wir uns ja schon mal angeguckt in den letzten Wochen ausblicken, die wurde ja gebrochen, die wurde jetzt nochmal geretestet mit einem tieferen Hoch, könnte das natürlich deutlich, deutlich Abschwung bedeuten. Einerseits aber auch wiederum für die Märkte positiv sehen. Also da erwarte ich deutlich mehr Volatilität, je nachdem, wer halt auch dann im Endeffekt gewinnt. Was sind so die Wahlversprechen? Welche Chancen hat im Endeffekt Biden dann noch, irgendwie hier den US-Dollar oder die Märkte dann zu stärken? Das wird sehr, sehr interessant werden. Aber auf den kleineren Teilen schauen wir uns das mal ganz kurz den DXY an. Wir hatten dieses Tief, das war aufgrund dieser NFP-Zahlen, also durch die Job-Zahlen außerhalb der Landwirtschaft, kam halt dieser WIG dann im Endeffekt auch noch zustande. Pump ging dann nach oben und jetzt hat sich der Markt wieder ein bisschen reguliert nach unten. So, deswegen glaube ich, dass wir uns das erste Mal die Tiefs hier noch bei den 110 Punkten auf jeden Fall noch holen, aufgrund der Volatilität, die hier unten auch drin lag. Und dann möglicherweise nochmal zu einer Rallye hier hoch in den 112er-Bereich. Einfach weil hier die Ineffizienz noch liegt, das heißt wir würden den ganzen Pump, den ganzen Dump im Endeffekt wieder auffüllen. Und dann wird es interessant, schaffen wir ein höheres Hoch wieder, das heißt hier dieses höhere Hoch und dann ein höheres Hoch im Chart im Endeffekt, dann ist es gut für den US-Dollar. Schaffen wir das nicht, ist es wiederum gut für die Märkte. Und dann kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt und das sind die Ausfallraten von Hypotheken. Wir haben es im allerersten Wochenausblick schon darüber gesprochen, dass wir den Immobiliensektor in den USA nicht unterschätzen dürfen. Nicht nur den Arbeitsmarktsektor, wo die Arbeitslosenzahlen minimal höher sind, das heißt es war ja 3,6 prognostiziert. Am Freitag 3,7 war es. Das ist schon mal so ein kleiner Fingerzeig, okay, da könnte sich was anbahnen. Aber der ganze Immobiliensektor ist, finde ich, meines Erachtens das größere Konstrukt, was da noch zusammenfallen könnte. Ihr müsst euch vorstellen, Zinsen mittlerweile bei 4% und die müssen ja im Endeffekt auch wieder finanziert werden. Viele Leute, und in den USA ist es ja noch viel, viel schlimmer als in Deutschland, als die Leute auf Pump leben. Die haben teilweise 10, 20 Kreditkarten und im Endeffekt zahlen sie durch ihre Kreditkarten ihre Kreditkartenschulden. Und wenn dann im Endeffekt die Hypotheken-Ausfallrate dazu steigt, und die ist ja schon bei 5,4% und das waren die Augustdaten. So, und da waren die Zinsen noch nicht so hoch, wie sie jetzt sind. Sollten diese Daten höher ausfallen als erwartet, das heißt, wir kommen hier über die 5,5% grob geschätzt, auf ungefähr 6% oder so, ist es schlecht für den US-Dollar. Ist die Rate natürlich unten oder sinkt jetzt wieder, ist es wiederum positiv für den US-Dollar. Und diese Daten kommen eben am 9. November, das heißt am Mittwoch. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, 8. November sind glaube ich die Wahlen, 9. ist dann der Mittwoch. Und das könnte extrem Volatilität bringen. Sollten die höher ausfallen, ist es scheiße für die FED. Wir hatten diese Woche gute Zahlen für die FED im Endeffekt mit den Jobzahlen etc. Das sieht alles gut für die FED aus. Kriegen wir jetzt aber hier möglicherweise die Hypotheken einen deutlichen Schwung nach oben, das heißt die Ausfallzeiten der letzten 30, 60, 90 Tage, beziehungsweise die schon gerichtlich vollstreckt werden könnten, könnte das für den Immobilienmarkt einen größeren Crash bedeuten. Beziehungsweise zumindest die ersten Anzeichen dafür. Und da die Daten immer nur hier alle paar Monate erhoben werden, alle drei Monate, ist es dann auch wiederum Fingerzeigrichtung FED. Also das sollten wir auf keinen Fall unterschätzen am 9.11. um 13 Uhr, je nachdem wie es ausfällt. Aber der Immobiliensektor ist weiterhin für mich das bröckeligste, was es momentan zu beachten gibt. Nicht nur die Arbeitslosenzahlen etc. pp. Aber diese Hypotheken, der Immobiliensektor ist sowas von aufgepumpt noch. Und jeder kennt es auch in Deutschland, wenn du eine Immobilie finanzierst, musst du auch meistens eine Anschlussfinanzierung machen, außer du hast genügend Eigenkapital und dir ist es wurscht. Aber diesen Punkt sollten wir nicht unterschätzen und da gilt es auf jeden Fall ein Auge drauf zu werfen. Sollte das explosiv ansteigen, könnte das wirklich der Zeitpunkt sein, wo der Immobilienmarkt dreht. Dann haben wir schon mal darüber gesprochen, wie die Immobilienpreise so langsam nach unten sacken. Und jetzt noch die Hypothekenzinsen auch noch im Gegensatz nach oben hin zu steigen. Na dann schnallt euch an und man kann mal so die letzten Jahre vergleichen. Man sieht hier damals diesen Immobiliencrash, da waren wir bei 10%. Und da haben wir uns dann so langsam, langsam abgestuft, sage ich mal 4 bis 3%. Hatten dann natürlich zu Corona-Zeiten nochmal diesen Peak. War ja klar, weil viele arbeitslos geworden sind. Aber sollten wir jetzt hier diese Trendumkehr sehen und die Zahlen höher ausfallen, dann könnte das den Impuls für die Märkte deutlich nach unten setzen. Und da können wir uns gleichzeitig auch mal noch den Dow Jones angucken, weil wir da auch den Blick im Endeffekt drauf haben. Wir hatten hier uns das Golden Pocket abgeholt. Alles gut, Ineffizienz geholt, Märkte relativ gepumpt. Wenn wir uns dann aber noch Bitcoin so zur Gegenseite dagegen stellen, sehen wir, okay, wir haben bei Bitcoin erst einmal den Downtrend gebrochen, sind nach oben hin ausgebrochen mit höheren Hochs. Dow Jones, S&P 500 gucken wir uns auch gleich noch an, eben nicht. Das heißt, wir sind hier noch in einem Downtrend und es sieht nicht wirklich bullish aus. Sollten die Zinsen jetzt deutlich höher fahren, haben wir auch im Endeffekt zwei Szenarien. Einerseits kann der Markt absolut bearish reagieren, weil im Endeffekt der ganze Immobiliensektor, an dem sehr, sehr viel Kapital im Endeffekt dranhängt, auch für Banken und die Leute ihre Hypotheken nicht mehr zahlen können, ist natürlich auch bad für die Banken. Sollten die Zahlen wirklich so beschissen sein, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier nochmal den Turnaround und Richtung 30.000 Punkte nächste Woche nochmal runtergehen. Sollten die wiederum positiv aus sein, könnten wir uns auf jeden Fall das neue hochfischen und dann wird es natürlich auf Daily-Sicht auf jeden Fall wichtig, dass wir einen Daily-Close über diese hochsehen. Also nicht nur im Endeffekt diese Hochs hier oben abgrasen, dann ein bisschen konsolidieren, sondern, und dann kriegen wir erst den Ding, sondern ich möchte hier wirklich einen Daily-Close drüber sehen und dann einen intakten Abtrend und dann sind die 34.000 Punkte eventuell auch möglich. Wir schauen uns jetzt nochmal das übergeordnete Golden Pocket von diesem Ding an, von diesem Abverkauf hier, sehen wir, okay, wir halten uns momentan im Endeffekt genau in diesem Bereich hier weiter auf, kämpfen um das Golden Pocket. Also das ist hier schon ziemlich in Schwankung geraten und jetzt ziehen wir uns ein bisschen noch vom Golden Pocket, vom All-Time-High bis zur Korrektur. Da haben wir auf jeden Fall noch eben bis zu diesen eben genannten 33.000 bis 34.000 Punkten auf jeden Fall Platz. Je nachdem, wie die Zahlen ausfallen, ist das ein Primärszenario für nächste Woche und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also ihr wisst, ich bin auf dem Immobiliensektor, bin ich sowieso ein bisschen drin. Das könnte wirklich Einfluss haben, Bankensektor, Immobilien, auf die Aktienmärkte und das ist vielleicht kurzzeitig bearish, sollte dann aber die FED das realisieren, dass hier wirklich der Immobilienmarkt möglicherweise am Crashen ist oder sich die Anzeichen verdichten, dass hier immer mehr Leute ihre Hypotheken nicht bezahlen können. Banken darunter leiden, dann könnte es wiederum positiv für die FED sein, also für uns im Endeffekt positiv, dass die Zinsen dann doch nicht so stark angeschoben werden. Also wir sind momentan in einer schwierigen Situation, wir haben eine hohe Inflation und dazu kommen wir jetzt. Das ist nämlich der Punkt, der dann am Donnerstag ansteht. Donnerstag, 14.30 Uhr, Inflationsdaten. 8,2% haben wir aktuell, die Prognose liegt bei 8,1%, lag sie auch schon davor. Also man sieht, die Prognose ist weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau. Wenn wir uns jetzt aber im Endeffekt die ganzen Rohölpreise, die Erdgaspreise, Weizenpreise, die im Endeffekt so der wichtigste Punkt für Inflation sind, angucken, sehen wir, dass wir uns im Endeffekt genau da befinden, wo wir vor einem Jahr standen, teilweise sogar niedriger bei den Rohölpreisen. Also das sollte, ich gehe hier weiterhin von Inflationsdaten von 7,5% ungefähr aus, also Mitte 7,5% einfach aufgrund dessen, weil wir ziemlich auf einer Ebene sind. Die wird dann auch weiter runtergehen und sollten diese Inflationsdaten besser ausfallen, das heißt unter dieser Prognose von 8,1% und ich sage jetzt mal 7,5% ist absolut bullish, könnte das im Endeffekt für die Märkte ein Initiator dafür sein, um eine Rallye zu starten. Dann haben wir einerseits, möglicherweise sollten die Daten dann am Mittwoch durch die Hypotheken richtig beschissen ausfallen, dann noch am Donnerstag Inflation, die deutlich, deutlich zurückgeht und wenn wir hier um 0,6% die Prognose verfehlen, also nach unten hin, besser für uns, ist es für die Märkte natürlich auch dann wiederum sehr, sehr bullisch, weil wir dann die FED haben, die im Endeffekt ihren Referenzzinsatz zwischen 4,75% und 5,0% halten will, schon ziemlich nah an dieser Kernrate von 2% sind. Und dann muss die natürlich auch überlegen, erhöhen wir jetzt doch noch auf diese 6%, während die Inflation jetzt langsam oder einen deutlichen Step nach unten hin macht und die wird noch weiter fallen wahrscheinlich, sollten wir nicht wieder enorm hohe Energiepreise sehen, wo es danach momentan zumindest nicht aussieht. Aber dann haben wir den Hypothekenmarkt, wir haben den Immobilienmarkt, wir haben die Arbeitslosenzahlen, die minimal führende Trendwende sprechen könnten, die Erstanträge warten noch ein bisschen, also tut sich noch nicht so viel, ist eher so ein Plateau momentan, aber sollte das dann so weit kommen, ist das wiederum dann für die Dezember-Sitzung der FED extrem interessant, dass es dann doch heißt, okay, wir sehen, die Inflation geht runter, der Immobiliensektor kämpft und das könnte dann wiederum dafür sorgen, dass die Märkte einen ordentlichen Satz nach oben machen. Also die CPI-Daten, wir haben im Endeffekt drei wichtige Ereignisse, Midterms, Hypotheken und eben die CPI-Daten. Und die CPI-Daten werden mit, ich sage jetzt mal, doch am wichtigsten sein, dann die Midterms und dann die Hypotheken, wobei ich persönlich mehr Wert auf die Hypotheken momentan sehe, weil sich da ein Trend erachten lässt. Und davon gehen wir dann mal wieder zurück auf Bitcoin, um einfach mal uns den Tagesschart einzugucken, aber wie gesagt auf dem Binance-Chart. Ihr habt weiterhin, haben wir dieses Spring-Szenario hier noch, ist noch die Möglichkeit drin von dem Wyckoff, wo ich auch noch momentan nicht abschließend sagen würde, okay, es kommt nicht so, wir haben jetzt einen guten Daily Close geschafft bei ungefähr 21.080 US-Dollar oder 21.100 US-Dollar grob geschätzt. Bullischer Daily Close, weil wir die Hochs nicht nur abgefischt haben, wir haben drüber geschlossen. Gutes Zeichen erst einmal. Jetzt gilt es natürlich, diesen Trend am Laufen zu halten und die nächste Woche könnte natürlich hier deutlich, deutlich mehr Bewegung reinbringen. Bullisch als auch negativ. Andererseits gehe ich momentan eher davon aus, dass es Bullisch schließt, dass wir zumindest diese Rallye kriegen könnten bis Ende des Jahres vielleicht noch, dass wir uns die 24.000 US-Dollar noch greifen und dann möglicherweise eben diese Trendwende nochmal kriegen mit diesen 18k. Und die 18k bzw. 17k sind noch nicht ausgeschrieben bzw. noch nicht abgeschlossen, meines Erachtens nach. Hat den Aspekt, wir haben hier unten einfach die Liquidität liegen. Market Maker, wir haben den AD-Indikator, der trotzdem uns zeigt, dass Volumen reinkommt, also hier wirklich gekauft wird, diese Hochs, aber diese Hochs da unten oder diese Tiefs besser gesagt, mit dem sehr, sehr viel Volumen, was hier unten liegt, dürfen wir nicht unterschätzen. Hier liegt viel Volumen. Hier liegt viel Volumen für die Market Maker, die sich das noch fischen könnten und dann im Endeffekt wirklich die Rallye erst starten könnten. Und ich sehe das momentan immer noch als wahrscheinlichstes Szenario. Ich gehe jetzt noch nicht davon aus, dass wir hier Richtung 30, 40k hochballern. Kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Solange dieses Y-Kopf für mich noch Sinn ergibt, dass wir hier in der Phase B sind, nochmal dieses Korrektive hochsehen und dann nochmal die Springphase und dann im Endeffekt erst die Trendwende, ist für mich weiterhin das Primärszenario und das schließe ich einfach nicht aus. Und so weit bin ich auch noch im Endeffekt gewappnet und das schließe ich auch in den Märkten noch nicht aus. Auch wenn Bitcoin sich momentan ein bisschen abkoppelt von den traditionellen Märkten, auch hier bestes Beispiel, S&P 500. Wir haben hier zwar ein Tief gebildet bei 3, 4, aber auch ein tieferes Tief und haben es aber auch noch nicht geschafft, wie bei Bitcoin im Endeffekt einen schönen Abtrend zu bilden und höhere Hochsitzgrade, wie wir es jetzt gerade haben, zu bilden. Also momentan für mich ein bisschen die Entkopplung da. Ich würde noch nicht sagen, die komplette Entkopplung, das ist zu früh gesagt für ein paar Tage jetzt oder die laufende Woche. Aber wir sehen erste Anzeichen dafür, dass vielleicht Bitcoin doch so ein bisschen Schutz genommen wird oder es ist halt irgendwie nur eine Zwischenrallye. Aber, wie gesagt, die nächste Woche wird, denke ich mal, sehr, sehr entscheidend werden, wie das im Endeffekt weitergeht. Es wird auch mit Hinblick auf die FED, die dann im Dezember wieder tagt, deutlich, deutlich interessanter werden, wie dann die Entscheidung dann bis dahin ist. Also Hypotheken, CPI und die Midterms. Einfach um auch, die Midterms sind wichtig, um Gesetze wiederum ins Laufen zu kriegen und auch mögliche Hilfspakete dann im Endeffekt auf den Weg zu bringen. Die Republikaner, man kennt es unter Trump, haben da anders reagiert als an Biden. Kann sich jetzt jeder selber denken, ob das jetzt positiv. Damals war es sehr, sehr positiv für die Märkte. Aber wenn wir uns jetzt im Endeffekt den Kursverlauf seit der Biden-Wahl im Endeffekt angucken. Klar, wir hatten da nochmal diese Hochs. Wir sind noch weiter gepumpt, aber seitdem geht es nur runter. Ja, schauen wir mal. Das sind auf jeden Fall die drei Punkte, die ich mir diese Woche ins Auge falle. Für und die XY, wie gesagt, nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen, die XY nochmal diese Tiefs abgreifen. Damit ist es interessant, bilden wir ein höheres Hoch. Im Endeffekt sind wir momentan hier in einem klaren Downtrend. Das müssen wir auch dazu sagen. Brechen wir den mit einem Daily Close, sieht es bullisch aus und wir könnten hier locker nochmal in Richtung 116 US-Dollar hochpumpen. Das werden die CPI-Daten zeigen. Das werden auf jeden Fall die Midterms und die Hypothekenzinsen zeigen. Sind die Hypothekenzinsen niedriger, also die Ausfallrate der Hypothekenzinsen, dann werden wir auf jeden Fall pumpen beim DXY. Das ist natürlich wiederum schlecht für die Märkte. Daraufhin dann der Blick auf den Dow Jones. Wie gesagt, das Golden Pocket, das Übergeordnete bei ungefähr 33,7 bis 34k, ist in Reichweite, ist nicht weit entfernt. Trotzdem, Korrekturniveau haben wir auf jeden Fall in dem Bereich der 30.500 US-Dollar. Dieser Bereich hier unten ist weiterhin sehr, sehr interessant. Sollte dann die Korrektur nächste Woche einsetzen, solange wir hier kein Daily Close über diese 33.000 Punkte-Markte kriegen, ist es für mich ein korrektives Hoch. Das heißt, wir haben Liquidität ein bisschen abgefischt und sehen einfach die Reise nochmal in dem Bereich der 30.200, 30.300 US-Dollar. Müssen uns dann hier stabilisieren und mit einem neuen Sprung nach oben kommen. Und im Endeffekt das gleiche Spiel auch für den S&P 500. Hier unten dieser Bereich weiterhin sehr interessant um die 3.689 Punkte einfach, um diese Tiefs nochmal abzugrasen. Aber man sieht hier auch, Dow Jones ein bisschen stärker als momentan der S&P 500. Und wie gesagt, Bitcoin hat noch Luft bis 21.500 US-Dollar. Das ist die Marke, beziehungsweise sogar 21.900. Hier oben haben wir eine Daily Supply. Wir haben noch die Ineffizienz hier oben einerseits und eben diese Daily Supply. Das sind die Marken, die es gilt. Schaffen wir es hier drüber, nachhaltig und bullish und schaffen hier weiterhin diesen Abtrend zu halten. Haben wir auf jeden Fall Luft. Ich sage es mal 23.000, 24.000 US-Dollar, bis wir dann im Endeffekt die Spring-Phase möglicherweise einleiten könnten. Aber momentan sieht es noch relativ gut aus, solange wir den Trend einfach halten und weiterhin auf Daily-Sicht höhere Hochs mit auch höherem Volumen sehen. Das sind die Parameter, die wichtig sind. Ansonsten werden wir nächste Woche auf jeden Fall eine sehr, sehr volatile Woche wieder erwarten. Vor allem Donnerstag, Inflationsdaten kann dann wieder schnell innerhalb von ein, zwei Stunden sehr, sehr höhere Ausschläge geben, je nachdem, wie die Zahlen ausfallen. Sollten die wirklich bullisch ausfallen, beide Zahlen, können wir uns nächste Woche, denke ich mal, auf eine bullische Woche freuen. Sollte es eher so gemischt sein, wird es interessant, wie die Märkte im Endeffekt reagieren. Gut, das war es von mir. Wie gesagt, ich pinne euch den Artikel hier unten noch an, damit ihr euch das auch nochmal ganz kurz zusammengefasst durchlesen könnt. Wie gesagt, Zwischenwahlen sind am 8. November, dann Ausfallrate der Hypotheken am 9. November und dann die CPI-Daten am 10. November. Also drei Tage, drei wichtige Ereignisse. Machen wir was draus. Mein Name ist Manu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like unten da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt einen Kommentar und kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.